was diese diskussion wie ein altes ehepaar was ist der 20 der vorgänger vom t30 mittlerweile gibt es aber ja nein wenn ihr mal wieder christoph sprechen solltet sprechbar drauf an wie gestern panzer fahren war ja was wieso wickelst du mich jetzt in einem scheiß kabel ein in weiß bitte und auf dem t20 bestätigen anmoderation bitte willkommen zu unserer nächsten runde der bekloppten mit mit was mit was willkommen bei spaß mit flaggen wir haben hier verstopfung altes abgelaufen alle 15 also bene die map war es für den richtigen ausrichtige ich habe es gerade gesehen Was? Oh ne! Oh ne! Soll es nicht den Jacky machen? Äh, den Chris macht Entschuldigung. Hallo? Ah, der falsche. Ja weißt, das Auto bin ich normalerweise mit nachts geboten. Oder ich gegen tippeln? Oder ich gegen tippeln? Weiter tippeln. Jaja, du musst schon ein bisschen arbeiten, Junge. Na tippel doch mal gegen, was machst du denn das? Ich tippel doch nicht! Das war verrecken, verrecken, drücken! Ich tippel doch nicht. Ich tippel doch nicht. Ich tippel doch nicht. Ohhhh. Wie so ein altes Ehepaar. Ja. Oh my god. Uralt. Ich hab mir die Stillsstange, so mehr. Ist doch scheiße, ich hab mich da vorgelegt. Stills... Stange. Ja, ist ein Aussortierer. Bring doch nicht den Gast. Sortier auf dich aus. Ja, ist nochmal aussortiert. Hey, Schott! Hey, Kork! Die Russen kamen! Ich hab Physik studiert. Ich bin der Richard! Warte! Nein, nein! Ich tippel doch zu! Ich tippel doch nicht! Ich tippel doch nicht! Ich tippel doch nicht! Alter, das war eine neue Herausforderung. So, ich spritz den schon mal ab, ne? Mütze, Glatze! Schatze, Mütze! Alter! Sorry, Bene. Ich hoffe, du hast den Punkt nicht bekommen. Alarm! 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 Jawohl! Das ist das Zeichen, dass alles richtig gemacht wurde. Dieses Geräusch gibt es übrigens auch bei dem Kostüm. Geht ihr ehrlich? Wie ist denn das, wenn jetzt aber brauner Schaube aus Tu bekommt Nächse? Eeeeee! Das ist ziemlich ekelhaft. Ich kann jetzt dafür erst ein kleines Fahrzeug ausgebildet! Was soll ich denn jetzt hier machen? Vorziehen. Langsam, 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 langsam. Nei, nei, ihr hat's getan! Ah ja, gerade! Ich krieg das! Richard! Richard, das ist wie ihr Butterbrot! Ja! Nein! Das ist lieber Butterbrot. Butterbrot. Ich sage doch Füße waschen. Naja. Ich bin aber nicht auf dem Kopf gefallen. Wir sind so gut sind auch. Dreh, Dreh, Dreh! Was ist denn das? Wer baut denn solche Maps? So Menschen wie du. Das sieht aus wie ein Penis. Ja! Ja, Mann. Es kann doch nicht sein. Oh, Leute. Nicht auf den Kopf gefallen, ne? Fickt euch doch. Du warst doch nicht gemeint. Wo wir schon beim Thema sind und so, ne? Das nennt du. Die Stoßstange ist ab! Was? Ey, guck's dir an, ne? Das ist so ne richtige Frauen-Map. Ich wollt grad sagen, muss ich mir jetzt irgendwie Gedanken machen oder so? Geil, wer fertig gehört hat, wie Christoph gerade direkt nach dem Satz geschrien hat. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall 15 Sekunden Abstand, ey. Jo. Ja, mit Abstand erst. Ich wollt grad sagen, da vorne fliegt sie, aber wir haben ja alle irgendwie so. Schade. Schade. Jetzt kommt die Kerze, dann hörst du die Torte, oder? Aber da unten fährt sie. Hm. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle so weit hinten seid, das hab ich gar nicht verstanden. Ich hab den Behn grad einmal rausgekekelt. Ach so. Deswegen. Ich bin übrigens fast hinter die Behn, ne? Ja, ich hab ja auch grad nen Fehler gemacht. Ach so, ja, hab ich gesehen. Du hast einmal ne Ehrenrunde gedreht. Hm. Warum? Äh, weil falsch gelandet und so. Ich darf reinfahren, ne? Du darfst noch reinfahren, ja. Okay. Der Ray ist so ruhig. Wurde der geknebelt? Ne, der ist auch ruhig. Der Ray wurde gefickt. Nein, es fährt doch seine Freundin. Ach so. Ach so. Genau. Ja. Die Info hab ich leider noch nicht. Die kam noch nicht rüber. Doch, hat er gesagt am Anfang. Ich hab gesagt, dass er rauchen ist. Und wenn man mich so laut hört, dann hört das nicht anders. Ja, wir sind es gewohnt, dass Ray sehr laut spricht. Deswegen haben wir ihn alle sehr runtergepeilt. Also der steht auf 10% bei mir. Ehrlich? Ja. Er beschwert sich dann auch, dass er so laut spricht. Hm. Hast du das gesehen, Jens? Ist das nicht ein präzise Part gewesen? Ist denn, ja. Ich hab keinen Kratzer reingemacht. Spiegel an Spiegel. Ja. Ich stelle mir jetzt gerade so vor, so Bart Simpson mäßig. Wie er von Homer immer gewirkt wird. Ja. 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 Ja, bitte warten. Hey. Please hold the line. So wie bei mir jetzt gerade. Schon wieder Gummi weg, ey. Ich kann dir jetzt nichts mehr fühlen. Mein Auto ist jetzt nicht zu kontrollieren. Take a picture. Nicht, nicht runterfallen. Jetzt kommt er wieder. Ja, kommt er nicht wieder? Ray. Mensch, hast du nicht zugeführt. Seine Freundin fährt doch gerade. Ich bin es nicht so einfach zuzuhören, weil es jetzt am falschen Halt hängt. Jetzt komme ich wieder weg. Sehr gut. Dann machst du die Schildkröte. Danke. Wenn das noch so einfach ist wie das, ja. Ja. Hauptsache die haben es die ganze Zeit nicht zuzuhören. Äh. Einmal kurz verlängern. Ich bin sofort wieder da. Und Jackie war die einzige, die das gemerkt hat. Ja. Passt ja zur Strecke. Ne oder ne. Ja. Aber Kloppo war das schnellste Spermium. Mhm. Oh ja. 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 Einer muss sich ja beeilen. Guck mal 78, 78, 75, 74, 70. Wir sind alle gar nicht so weit auseinander. Außer natürlich Bene. Und? Der Trichharder wieder. Ja sorry Baum hat mich rumgebeten. Weil Baum. Weil Baum. Was ist denn das für Geschmulche heute hier? Kann ich fahren? Das klingt ja fast nach gleichem Fahrzeug wieder. Außer wenn die Schwerung zieht. Was? Das klingt ja fast nach gleichem Fahrzeug. Wie nach gleichem Fahrzeug. Ja. Das soll ich ja gemütlich machen hier doch. Wie lassen wir ihn entscheiden? So war wieder da. Äh. Wir lassen äh. Der Chris darf entscheiden. Genau. Ne ne Richard. Ne ne der Chris darf entscheiden. Ne der Chris darf entscheiden. Welchen Auto wählen? Welchen Wagen wir nehmen? Das bin ich. Das ist der Falke. Ah. Welchen? Äh. Schnell. Ich seh noch nix. Äh. 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 Sultarn. Lister. Boah. Lister. Sultarn. 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 Wo ist er denn? Und er ist. Musst du links drücken. Könnt mir die Karin. Aber die Farbe ist hässlich. Möchtest du mit dem anderen im Pink? Wo ist das Pink? Heißes Pink an der Spitze mischen. Hat man ja letztendlich noch. Oh Mann ey. Das wär. Ist. Das fahrt glaub ich auch zur zwölften Runde oder? Ja irgendwie. Ja doch. Also. Also für uns müsste die Folge morgen kommen. Hm. So ein leichtes Déjà-vu. Ja. Ich hab doch gelb gewählt. Und nicht scheiß grün. Das ist Kuhfladengrün. Hm. Wesser als pissgelb. Schön. Okay. Weiß vorne spielt immer noch. Links rum. Links rum. Boah. Eine Geschwindigkeit. Boah. Macht euch fort hier. Hm. Ich habe gesagt fort. Was? Macht euch wärst? Nee. Wir fahren Sultan und nicht fort. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Keine Ahnung. Warte weiß ich. Kannst du mal aufhören? Sieh hier. Mensch was machst denn du? Ich hab vergessen. Die Ray nicht. Ja das war okay. Danke Bär. Nein alles gut. Ja danke schön. Nee das war Richard. Mach das nicht wieder. Das wars. Aus. Vorbei. Nein. Nein. Wofür bist du? Ich seh dich. Der Ray spielt nochmal gegen dich. Nee. Ich fahr übrigens wieder. Du sollst ein Assassine sein. Ich wär aus dem Nichts gekostet. Ich würde mich freuen wenn du wenigstens antworten. Ich. Geh. Giiiiii. Entschuldigung. Warum glaub ich mir das nicht? Bremse mal vorne. Würdest du dann bitte ein Richard-Spezial mit dranhängen? Mein Hack ist ausgebrochen. Ich glaub, soll ich das nicht mal rauskriegen? Wenn du mir die Datei zur Verfügung stellst, häng ich auch ein Richard-Spezial dran. Aber du willst auch so ne Vlog-Einlage vom Richard wie von dir. Ja, machen wir. Überhaupt kein Thema. Gibt's morgen. Er ist mein Kameramann. Nein! Nein! Boah, war das knapp, Kloppo. Alter, hab ich mir erschrocken. Auf einmal spawnt er da vor mir. Hallo! Hallo! Was denn nun? Okay, Bock, der gibt auch schon ab. Ich bin immer noch dritte. Was habt ihr denn gemacht hier vorne? Der Falke ist auf einmal vor mir gespawnt und ich hab mich erschrocken. Okay, jetzt bin ich dritter. Vorne ist der Rest und das ist mir hier viel zu schnell. Oh! Das war auch ein langsames Rennen. Das macht gar keinen Spaß. Das war viel zu langsam. Ja, ich hab gedacht, der Sultan ist auch ein bisschen schneller. Ja, weil die Straße ist so eng. Und dabei ist das so sehr schnell ab. Aber die Straße ist eng. Der Sultan ist 8, also 8 Bandos. Ja. Denken wir es nicht müssen. War auf so ner Stricke hier mit nem Monster-Trick. Das wär doch geil. Wäre möglich gewesen. Wäre möglich gewesen. Dabei konntest du alle Autos auswählen, ne? Ja. Vor wen? Ich seh nicht mehr. Mach die Augen auf! Boah, die glatzen auf. Da war die E-Zigarette davor. Ja. Voll gedampft. Gibt es? Ja, war ja zuständig. Aber, aber ich finde... Aber ganz ehrlich, es ist echt heftig, äh... Wie gekreifend, wenn die E-Zigarette kommt. Ich muss warten. Nein. Ach, ist nur eine Runde. Okay. Ja. Bitte darf noch. Danke für die Erinnerung, aber du hättest mich ja auch ruhig vorlassen können. Nein! Nee! Nee, 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 nee. Wann, ho! Was machst du denn, du? Ach, Ronny spielt mit? Ach nee, also... Du willst mitspielen? Naja, schaut... Geht gleich wieder bestimmt raus. Kann du mitfahren? Seh ich jetzt nicht. Ja, äh... Müsste... Müsste eben mal, äh... Hier in den... In den Discord, äh... Gruppe hier mal einladen. Was? Warum? Dann fall ich da runter. Du kannst schneller fahren. Lass mich! Mach's mülch! Die Frau weiß schon, was sie tut. Ich seh es kommen, da Richard. Dann dreht gleich seine Kreise in den Stil. Komm von Reno ein. Z squad! Z squad! Hey, ich will nicht! Ich glaub, da kriegt nachher jemanden, der gerade drüben ist. Ich bin drüben. Oh, Hilfe. Ja, aber Samstag ist vorbei. Hat ihr Spaß gemacht? Na, ob Ronny doch mitfährt? Wir sehen uns in der nächsten Runde, liebe Leute. Also bis dahin, reingehauen. Däumchen da.